Backbott, weil ich selber Ruder. Definitiv Frühaufsteher, weil ich nicht so gern. Sonst habe ich das Gefühl, der Tag geht verloren. Definitiv Bayern, weil ich aus Bayern komme. Haus, weil ich gern einen eigenen Garten hätte. Auto, weil ich meistens zu faul bin. Tokio, weil ich da noch nicht war. Langhantel, sieht besser aus. TV, ich liess nicht so gern. Dartscheibe, mit Playstation konnte ich mich noch nie so richtig beschäftigen. Luzern, die meiner Meinung nach mit Abstand beste Atmosphäre. Hitze, ich friere nicht so gern. Pass auch, ist ein bisschen hügeliger, gefällt mir besser. Schiebewind, ist das Rennen einfach schneller. Dein Höhe